Ich will kein Brotato spielen. Ich bin sup... Ich kann... Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von dem Spiel! Aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Irrer Charakter. Nehme ich. Hier wird nicht nachgedacht. Ich nimm ne Schere. Reichweite mit der Waffenklasse Präzision. 25 Angriffstempo. Du beginnst mit einem Messer. Ah! Was soll ich tun? Weißt du jetzt schon mal, dass Fernkampfwaffen scheiße sind? Das heißt, du kommst nur Nahkampfwaffen. Ah, okay. Nahkampfwaffen. Ah! Oh Gott, ich kann ja folgen hier. Ah! Ich hab Schaden bekommen. Gehirn. Ich wünsche, dieses Spiel würde es auch für mich im Real Life geben. Ich würde auch keinem Hirn verbessern. Elementarschaden. LP Regeneration. Nahkampfschaden. Das nehme ich. Äh. Ich nehme die Schere. Ah! Was soll ich tun? Kombinieren. Ja. Blaue Schere. Das ist jetzt so. Wow! Ha! Kaufen. Und nun? Los! Noch eine Schere kaufen! Woo! Pew! 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 Ah! Äh! Was ist das eigentlich für das Zeug, was ich da einsammel? Woo! Materialien. Sind so cool. Pew! Pew! Spielt jemand auch von euch Protato? Bist du tot? Nee, bin ich nicht. Was soll ich jetzt tun? Ist das ein Arsch? Ah, nicht. Das ist ein Arsch. Das ist ein Po. Schultern, Brust, Schädel, Triebseps. Äh, Schaden, Technik, Rüstung, Fernkampfschaden. Nee, das war falsch. Ich nehme mehr Schaden. Was ist jetzt schon wieder hier? Ich muss ja die ganze Zeit so viel kaufen, das stresst ja voll. Was mache ich denn? Nur Kacke. Also los. Neu würfeln. Schere. Kauf eine Schere. Was kaufe ich noch? Äh, weit. Los. Also eigentlich spiele ich halt das Game, wie ihr merkt. Und also, weiß ich ja nicht. Oh, da waren viele. Oh, da war ein richtiger Mob. Wihu. Pio, Pio. Was ist das? Ein Kaktus, die heilen. Ui. Die Bäume immer zerstören. Da ist immer ein Kaktus. Dann kriegst du eine Lücke. Level ab. Dann nehme ich blau. Die Brust. Oder auch den Po. Ah. Krit. Elementarschaden. Der Fernkraftan ist ja egal. Das ist gut. Nee. Nicht gut. Coupon. 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 Alles andere ist günstig. Coupon. Kaufen. Ja. Gekauft. Und nun? Was ist das? Würfeln? Ja. Schere. Wow. Weiter. Pio. Haha. Guck mal, ihr verwaffnet haben, Leute. Jetzt. Guck mal. Guck mal jetzt hier. Pio, 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 Pio. Jetzt ballern. Pio, 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 Pio. Ja. Leute, das braucht hier Soundeffekte. Das hat mir nicht genug Soundeffekte. Du hast es verstanden. Also, ich habe mich treffen lassen, damit es spannend bleibt. Aber du heißt es auch. Leute. Ähm. Ich finde, ich bin eigentlich für Soundeffekte gemacht. So, ne. Meine. Das ist quasi ein lebendiges Soundball. Ja. Pio, 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 Pio. Wie ist der Sound, wenn er sich verliegt? Ich habe Klebeband gefunden. Oh. Perfekt, Leute. Nee. Nicht? Nein. Verwerten. Ja. Scheiße. Hände. Unterarme. Nachkampfschaden. Wählen. Und jetzt? Das nochmal. Ja. Bäm. Sammelreich war. Oh. Ich kriege eine lange Zunge. Eine Alienzunge. Das? Ja. Kaufen. Mori ist richtig kaufwütig hier. Ich mache eigentlich gar nichts. Guck mal. Der hat wirklich eine lange Zunge. Er soll mal schlecken. Oh, scheiße. Er schleckt nicht. Warum schleckt er nicht? Aber er sieht gerade nach dir aus. Hallo. Oh, wisst ihr noch, wo ich Vampire Survivor mit Hula Hoop gespielt habe? Das war ziemlich lustig. Hier hast du wenigstens keine Frame Drops. Soll ich das nochmal machen? Kann man das auch mit Controller spielen? Ja, ne? Mach das so viel. Wow. Hier hast du wenigstens Dauer auf. Da kennt man dich. Aua. Ja, das meine ich ja. Kann man das mit Controller spielen? Ja, ja. Ja, ja. Okay, Leute. Wann wieder Hula Hoop mit Controller? Und so ein Game? Max LP, Rüstung, Nahkampfschaden. Nahkampfschaden. Was ist das? Angriffstempo. Wenn du dich... Warte mal. Angriffst, wenn du dich nicht bewegst. Oh. Ich darf mich nicht bewegen. Ach so, nicht bewegen. Äh, nicht nehmen. Äh, alles kacke. Oh, den. Und Schuriken kombinieren? Kann ich nicht. Los. Hallo Freddy, grüß dich. Hallo, hallo. Schön, dich zu lesen. Oh, das war aber jetzt so. Oh, die mit Hirn sind ein bisschen stärker, ne? Die mit Hirn. Ja, die sehen das so aus, als hätte ich... Hey, die haben die Hirn. Das ist unser Rammer. Ah. Rammer, mammer, 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 mammer. Die Kaktusse muss nicht an. Das sind Kakteen, nicht Kaktusse. Das sind Kaktusse. Oder meinst du mich damit? Ja. Oh, du Bitch. Ui, ui, ui. Die bedrängen mich. Hallo? Pst. Hä? Hä, ich dachte, die Kakteen sammeln. Ja, nur wenn du kein Leben hast. Ach so, ich dachte, ich hab kein Leben. Du hast volles. Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Zähne. Süß. Ekel. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun, Bori? Bori. Was ist das? Faust. Ausgerenkter Kiefer. Oh, den hab ich auch bei Oh, You Can Eat. Schlange. Holzkohle. Lederweste. Schredder. Eine friedliche Biene. Süß. Kacke. Okay, weiter. Kubi, wie geht's dir? Und Yellow Yoshi. Hola. Hallöchen, Hallöchen. Miau, 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 miau. Oh. Oh, 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 oh. Muss ich eigentlich alle einsammeln hier oder sammeln die automatisch? Ich kann mich überlösen, dann hast du noch mehr Reise weiter. Oh. Oh. Sauerei. Oh. Oh. Hast du mich eigentlich umgestellt? Ja. Cool. Piu, 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 piu. Oh. Äh, 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 äh. Ich werde betre... Oh, äh, äh, äh. Ja, 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 ja. Was ist das? Stromgenerator. Nehmen wir. Dann machen wir mehr Rüstung. Max LP. Oh. Reichweite. Kupor? Kupor. Kupor. Würfeln. Messer? Messer. Schere. Weitermachen. Wow. Boah, ich spiele das Spiel voll alleine. Oh. Die haben mich angerusht. Hast du es gesehen? Ja. Ah. Die sind ja voll aggressiv. Ui. Ah. He, he, he. Der hatte keine Chance gegen mich. Ab Wende 10 musst du alleine entscheiden. Mit deinem Helm ist dir. No. Doch. Kitor will nicht alleine entscheiden. Ui. Keine Kiste. Uh. Ah. Oh mein Gott. Ich sterbe, 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 sterbe. Was? Du bist wie Nuro in der Wäge. Oh, ich sterbe. Du kannst heute ein bisschen mehr reinlaufen. Weil, wenn du reinläufst, tötest du dir die kleinen Gegner. Yeah. Ich muss eigentlich nur den dicken ausreichen. Ich muss nur den dicken ausreichen. Alles klar. Es ist ja einfach. Du musst ja nur den dicken ausreichen. Ich glaube, ich brauche Morigani. Ich mache jetzt eigentlich ein kleiner Frosch. Ist das eine gute Idee? Ja. Technik, Schaden. Mehr Schaden. Mehr LP. Schaden. LP. Schaden. LP. Schaden. Ähm. Alles Mist. Das da. Rollen. Du kriegst ja jetzt durch das eine Item. Das da. Ja. Du kriegst du für jedes Tempo, was du kaufst, einen Schaden mehr. Ja. Würfeln. Schere. Kann ich nicht kaufen. Ich bin strong. Mehr Gegner. Die Schere musst du sperren. Weil die willst du ja haben. Ha. Okay. Und welche neue ist eigentlich die, die wir meistens mal nehmen kannst? Weil da kommen ganz, ganz viele Gegner, aber ganz klein. Guck mal, die sammeln jetzt alle. Ui. Nein. Wir müssen hier reinfalten. Oh. Haben wir getan. Ich brauch das da oben. Waaah. Äh. Immer wenn du keinen roten Balken über dem Kopf hast, hast du volles Leben. Ach so. Okay. Ich bin fokussiert. Genau, du hast fast die ganze Zeit volles Leben. Ich bin fokussiert. Aua, ich doch nicht. Ich sterbe. Ich bin volles Leben. Ach so. Aufrückte an die Gitarre. Ich sterbe, Mori. Nein, du reißt es doch wieder. Ach so. Aber ich sterbe auch. Meinst du, ich sterbe? Die Scheren stellen dich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Uh, Angriffstempo. Nahkampfscham. Ja, oder der Nahkampfscham. Angriffstempo. Soll ich mal? Oh. Krit. Kombinieren. Kaufen. Wow. Legendär. Ist aber ein kleiner Muskelprotz. Genau. Wie du. Na nie. Ein HP verloren, ich sterbe. Minoru. Brand wird 110. Was heißt Brand? Ach so, Brand. Brand. Okay, der Brand wird 10% schneller aktiviert. Verstehe. Ist das gut? Du hast keinen Brand. Ach so, ich habe keinen Brand. Brand. Oh, wenn ich das kaufe, das ist auch legendär. Oh, das ist auch gut. Nahkampfschaden nehme ich. Ich würde sagen, weiter. Wie cool sehe ich denn aus? So, jetzt musst du alleine machen. Ich finde, ich mache das sehr gut. Dummer Mensch. Krabby. Krabby bin gleich voll bei dir. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich bedanke mich gleich ganz herzlich bei dir. Schön, du bist auf jeden Fall da. Bis Krabby. Hi. Hola. Mal gucken, ob du deine erste Runde... Also, es geht bis Welle 20. Bis Welle 20 kommt. Ah. 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 Ich erkenne gar nichts mehr. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin wieder geheilt. Ich wollte leben. Ja, eben bin ich ja fast gestorben. Du hast leider viel zu leben. Ich sterbe. Ah. Tempo, Reichweite. Geht eigentlich. Tempo, Fernkampf, dass ich schnellere Zauber mache. Nein. Ich bin schneller. Ja. Oh. Und was noch? Wird stärker. Oh, Nahkampfschaden, Fernkampfschaden. Bin ja eher Nahkampf. Kaufen. Max LP, Potential, also 3 Rüstung, Tempo. Und Crit Chance geht aber runter. Aber Tempo mehr. Mehr Tempo ist gut, oder? Nehmen wir. Oh. Crit Chance haben wir wieder Elementarschaden. Habe ich Elemente? Habe ich Elemente? Dann ist das alles Müll. Was ist das? Rüstung. Wenn du dich nicht bewegst. Naja, ist ja scheiße. Glück. 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 Ich bin überfordert. Ähm. Weiß ich jetzt nicht. Scheiße. Coupon. Ja, kann mir eh nichts anderes holen. Coupon, Coupon. Coupon, 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 Coupon. Die werden immer schneller. Du wolltest mir nicht helfen. Also halt die Gusche. Ich werde nur die Gegner. Ich lege sie nicht beim Kauf. Ach. Scheiße. Oh. Woher kommen die? Warum waren da so Feuerdinger? Töten die mich? Waren da so debubbelt? Warum waren da so debubbelt? Es sind seit Runde 3 da. Echt? Ja, die roten Fälle. Wem gehören die? Fernkamp. Bei Runde 3. Oh. Habe ich gar nicht realisiert. War das Fernkamp? Die sind in der Zunge. Ach so. Habe ich nicht gesehen. Diese Coupon, Coupon. Habt ihr die gesehen? Habt ihr nicht gesehen. Nase. Ist das gut? Glück. Kann man mal machen. Nehm ich. Warum nicht? Warum nicht? Was soll der Guide? So. Was haben wir denn hier? Kleiner Muskelprotz. Nehmen wir. So. Was haben wir hier noch? Crit. Ausweichen. Reichweite. Warum nicht? Warum nicht? Oh, aber eine Schere. Scheiße. Was tust du? Egal. Warum löbst du das mit Ausweichen? Weiß ich nicht. Du hast minus 30 Ausweichen. Scheiße. Also null. Ja. Fuck. Ich halte die Schere im Auge. Mori, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mori. Ganz ruhig. Du spielst wie du. Ganz ruhig. Schreibe mich nicht an. Du spielst wie du. Ich habe keine Zeit für Lesen. Es ist Krieg hier. Also habe ich jetzt so lesen. Hallo? Entspann dich. Entspann du nicht mal. Ich spiel einfach wie Noru. Graunerf. Du hast gesagt, Kitten, spiel doch mal Brotato. Ich so, nee. Du so, ja. Ich so, okay. Jetzt kommt er mit Clown. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das antue. Da weiß keiner. Das war auch eine Beleidigung mit Noru. So, jetzt bleiben wir mal kurz entspannt hier. Bleiben wir mal entspannt. Guck mal, es läuft so gut hier. Es läuft so gut. Du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht gut läuft. Also, entspann dich, bleib ruhig und dann bleibe ich auch ruhig. Ah! Ich mache Bäume kaputt. Ich mache Bäume kaputt. Nee, machst du nicht. Halt die Schnauze. So, was nehmen wir denn? Mit dem Crit. Was soll der Geist? So, jetzt nehmen wir diese Kackschere hier. Kannst du nicht. Fuck. Warum? Weiß ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Die verkaufen. So. Ha! Kauft. Jetzt können wir das auch noch kaufen mit Crit. Zack. Lauf. Ente. Scheiß auf Glück. Wir nehmen Glück. Das ist ein gutes Item. Ente gut, alles gut. Also, weiter geht's hier. Nahkampf starten. Gold. Hatte ich das schon mal genutzt? Weiß ich nicht. Ist teuer? Kaufen wir. Nee. Kaufen wir. Ach, rechts, Melchschnecks. Wir kaufen den. Kannst du den? Kann ich nicht. Du liest immer ein oder zwei Stück und dann so, jöjö. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu lesen. Lass mal weiter würfeln. Du dummer Mensch. Ich wollte sagen, wir gehen weiter. Also. Piu, piu, piu. Ey, ich bin bei der 13. Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von dir tragen. Denk am besten gar nicht nach. La, 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 la. Mo regt dich auf und ist so wütend. Hey, das zählt nicht. Das zählt nicht. Das zählt nicht wahr. Hallo, lassen Sie das bitte. Unterlassen Sie das. Lass das. Ich hau dir, ich hau dir auf die Nuss, Alter. Wenn der Stream aus ist, dann bist du erst mal fällig, ey. Also, ich, äh, ja. Oh mein Gott. Das sind so viele. Oh, mach das gut. Äh, ah. Gehen mir sogar Rüstung, die Schweine. Ja, das ist der neue. Uh. Ich finde, ich bin schon sehr weit gekommen. Hab's geschafft. Schaden, Reichweite. Annehmen wir. So. Was haben wir hier? Mehr Schaden, mehr Angriffstempo. Ähm. Schaden. So. Was haben wir denn hier? Was? Hä? Das. Bäume sterben mit einem Treffer. Ich bin jetzt ein Holzfäller, Leute. Ich bin jetzt ein Holzfäller. Holzfäller-Kitten. Ja. EP gewinnt. Nahkampfschaden. Äh. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Also, Krit ist schon nice. Was ist denn Ausweichen überhaupt? Okay, brauchen wir nicht. Nehmen wir mal Nahkampfschaden und EP gewinnen. So. Und dann würfeln wir nochmal hier. Oder haben wir denn schönes? Verbrauchsgegenstände wieder... Was? Ein LP durch Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt. Ja. Messer! Kann ich nicht. Ich mache das. Kaufe das. Und dann geht's los. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ihn aus dem Lauf-Timer gestellt. Und ich dachte, der Sturm. Oh mein Gott. Der Weihnachtsbaum ist gerade ausgegangen. Oh mein Gott. Die sehen einfach alle aus wie kleine Nurus. Die sehen einfach alle aus wie kleine Nurus. Oh mein Gott. Ui. Ich muss in die Kiste. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Mami. Ich sterbe. Ich bin nicht tot. Technik Schaden? Ew. Plus LP Regeneration. Ich glaube, ich gehe auf Max LP mal. Sterbe nicht so schnell. Schere. Was nehme ich denn jetzt? Ich kombiniere. Das, oh, aber minus 1 X. Okay, ist nicht so schlimm, ne? Aber die Krallenbaum sieht gut aus. Nahkampfschaden und Critchchance. Noch ein Messer. Zack. So, Leute, jetzt hier, ne? Piu. Was sind das? Ah, das ist meins? Ja. Dann mach mal was, Geschütz. Ja, mach die mal schön fertig hier. Ah, ah, ah. Die Krallen machen von Schaden. Die Krallen sind drei kleine. Die Krallen sind ganz einfach. Die Krallen sind überhaupt nicht alt. Piu, Piu, Piu. Sie müssen mal sehen, wie hektisch sie sind. Hä? Sollen wir mal ne... Wir können ja die Kamera mal auf... Wir haben ja so ne Dings-Kamera. Oh, oh. Dummer Mensch. Ich sterbe. Ich sterbe. Mami. Mami. Vielen lieben Dank. Ich begleite mich gleich. Ich bedanke mich gleich. Frote Macht, drei Monate, Tier 1 an Winterhex. Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe doch nicht. Oh, oh. Ich sterbe. Ich lebe. Oh, Critchance. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Kacke. Oh. Nein. Ein Technik. Wow. Neue Würfeln kostet nichts. Und nun? Weiter. Die müssen also sterben, ganz schnell. Genau. Alle roten Branden, sterbe. Weil die laufen auch von dir weg. Sterbt. Sterbi! Da ist er. Komm, stirb. Hehehe. Oh mein Gott, die sind so schnell. Huuh. Uh. Uh. Ui. Ui. Ah. Oh mein Gott, die rushen mich die ganze Zeit an. Schweinerei. Schweinerei. Uh. Ah. Mami. Das ist so schnell, als du denkst. Nice. Ähm. Mehr Schaden. Ja. Ha. Geschützt? Nein. Viel zu teuer. Liebes Eilen. Ja. Ha. Limonade? Kiefer. Statt. Bis später, Aisha. Stirb, Kartoffeln. Heute nicht. Sind die auch neu? Diese kleinen schmalen Rubbels. Weiß ich jetzt nicht. Der hier. Die kleinen hier. Die hier. Ah. Vorhin ja auch. Achso. Oh. Oh. Andain. Habe ich. Ich sterbe, ich sterbe, Mori. Mori, Mori, Mori. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ah. Nein. Nein. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Äh. Rüstung. Äh. Das hier. Nochmal würfeln. Oh. Hä? Nee. Ich habe ich eh nicht genug Geld. Ich weiß nicht, ob ich die nächste Runde überleben werde. Wir machen erstmal weiter. Wir müssen ja eh gleich. Oh, sorry. Das war jetzt nicht mit Absicht. Schwöre. Aber Dinge passieren, Mori, Pori. Und ich glaube, diese Runde wird eh meine letzte sein. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt so im Gefühl. Läuft gut. Läuft gut? Ja. Ich habe ja nur zwei Panik-Sachen hier gehabt, ne? Du kannst einmal kurz helfen zu leben. Ja, ich war fast tot. Warst du nicht? Ich war fast tot, Mori. Ich schwöre, du bist wie Nuro als Tank. Ich war fast tot. 200% Leben. Ich bin fast gestorben. Ich war wirklich fast tot, Chad. Das habt ihr doch gesehen. Ah. Ich sterbe, Mori. Mori sterbe schon wieder. Mori, Mori, Mori. Diesmal wirklich. Ich bin die Briefe. Mori. Ich lebe noch. Ah. Ich war fast tot. Ich war fast tot. Hast du es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich war fast tot. Ich bin wirklich fast gestorben. Ne, will ich nicht. Weg. Das weg? Das bist du. Das ist die 19. Welle und ich glaube, ich werde jetzt sterben. La, 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 la. Ah. Mori. Du hast gesagt, ich kann da reinlaufen. Jetzt sterbe ich schon wieder. Ich sterbe. Wie leist es denn? Ich sterbe. Mori, sterben. Mori, sterben. Ich schwöre. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich bin fast gestorben. Mori, ich bin tot. Du bist so gemein. Du hast gesagt, ich soll durchlaufen. Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Ja. Aber du hast gesagt, ich soll durchlaufen. Jetzt sterbe ich. Ach, Mann. Was? Was? Willst du mich verarschen? Dann kauf noch mehr Rüstung. Lauf da durch, hat er gesagt. Wird lustig, hat er gesagt. Ich bin fast gestorben. Dann kauf noch mehr Rüstung. Wo? Recht. Nö. So, dann neu. Jetzt kommt ein Boss. Wenn du den Boss killst, dann hast du gewonnen. Wenn du überlebst, hast du aber auch gewonnen. Pass auf, der macht viel Schaden. Aber ist nur einer. Den Dingern musst du ausweichen. Ich kann ihn ruhig angreifen. Ich. Ah. Ja, guck mal, wenn du den Töten hast, ist es direkt vorbei. Guck mal, du machst viel Schaden. Kein Druck, kein Druck, kein Druck, kein Druck. Ah. Du machst es gut, du machst es gut. Guck mal, du kriegst es. Jetzt läuft er weg. Pass auf, du kannst wieder rinnen bleiben. Ich sterbe, Mori, sterbe, 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 Mori. Mori. Oh, das war so knapp. Deine Hektik hat dich übermannt. Oh Gott, war das close. Ich bin nicht für solche Spiele gemacht. Ich bin für solche Spiele nicht gemacht. Aber wie fandst du es denn generell? Stressig. Aber lustig. Was macht immer Plopp, wenn man die Viecher tötet? Ich bin nicht für solche Spiele. Ich bin nicht für solche Spiele. Ich bin nicht für solche Spiele. Ich bin nicht für solche Spiele.